Könnt ihr das doch hier im Chat ausmachen, wer wann wohin kommt. Ich bin nicht mal sauer auf dich, wenn du mir einen Quickscore verpasst. Obwohl, ich kann eigentlich nichts Horten bedrehen. Ich bin ja mein Vorzugspiel-Opfer, wenn meine Mist voll ist. Aha. Aha, jetzt driften wir wieder ein bisschen ab hier. Das ist doch normal. Stimmt. Du würdest mir wahrscheinlich meinen eigenen Film aufhören. Das ist... nein. Nein. Ja, Spam-Do-Man, mein Chat, das ist klar kein Problem. Hauptsache, da ist ein bisschen Betrieb. Betrieb finde ich auch noch. Ja, das ist mir klar. Jetzt komm, konzentrier du dich mal hier aufs Spielen. Exodus Blau, das ist unsere Map. Wir werden jetzt... Okay. Okay. Hauptsache. Ja. 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 Jas900. Ja. 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 So Harry, Achtung, der ist gebunden. Gibt's noch? Hä? Ich bin ganz woanders, glaube ich. Nee, du warst noch eben da. Ja, ebens. Ebens war ich mal da. Aber ich bewege mich hier ab und zu. Auch mal anders als sonst. So wie gestern, wo wir die ganze Zeit nebeneinander gestorben sind und quasi auf unseren Grabsteinen einen Familiengrab hätten aufmachen können. Oh, ich bin immer bei A-Welt schwer an. Oh Gott. Die Goldie ist down. Warte kurz. Ja, ja, macht was. Fickt was. Er hat doch schon. Boah. Boah, ETH. Gibt immer Kuhfangen gerade. Schieb mal einfach auf Verdacht da hinten rein. Universal. Oh Gott, ich bin nicht. Unis da. Dieser Penner, er rennt mir wirklich ganz viel länger. Ist, ist. Wo sind sie denn alle, Mann? Böse. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was bedeutet das? Ja, läuft an mir. Ich jetzt oder was? Ich habe doch Jäger. Ja doch, man, ich werde hier die ganze Zeit... Wie lange gehen die Rundplanung zu Standort? Keine Ahnung. Wir werden besser dafür, dass wir die Stellen noch mehr gehen. Nein, nein, das passt leider nicht. Jetzt bin ich tot, verdammt. Yo, Seth, mach's gut, mein Lieber. Aber du kannst mir gerne mal deinen Kanal flüstern, dann gucke ich mir nämlich mal an, was du so treibst. Ja. Und du machst noch irgendeine Gas von dem Boden. Und dann. Und dann. Und dann. Ja. Und dann. Und dann. Ja, jedes Mal die Goldenen. Keine Ahnung, was da los ist mit dem. 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 Und dann hoffe ich, dass wir uns heute Abend nochmal wiedersehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim Markt geht es jetzt weiter, Beat Hunter 23. Ich werde jetzt gleich noch einen Hoster lassen. Und guckt euch das an, es ist ganz gut gelaufen. Das war schön, es hat mir Spaß gemacht. Macht's gut. Also diesen Ausschnitt werdet ihr gleich nochmal wiedersehen. Das war meine beste KD ever im PvP. Ich wünsche euch wie gesagt... So, benehmt euch, bleibt sauber, seid lieb und nett zueinander. Wir sehen uns spätestens morgen früh wieder, aber heute Abend bin ich auch da. Also wer will, herzlich gerne. Vielen Dank für die Follows, vielen Dank für die neuen Leute. Hat mich sehr gefreut. Benehmt euch, bleibt sauber, bis dann. Ciao, ciao.